Heute möchte ich dir erklären, wie du zweistellige Zahlen minus rechnen kannst und du siehst hier, ich habe zweimal die gleiche Aufgabe angeschrieben und möchte dir zwei verschiedene Rechenwege damit zeigen. Du kannst am Ende dann selbst überlegen, welcher Rechenweg für dich einfacher ist. Wichtig ist, dass du beide Rechenwege nicht miteinander vermischst. Also wirklich, entweder rechnest du Variante A oder Variante B. Okay, wir beginnen mit dem ersten Rechenweg. Bei dieser Variante bleibt die erste Zahl so stehen, wie sie ist. In unserem Fall also die 72 und die zweite Zahl wird aufgetrennt und zwar erst in den Zehner. Bei der Zahl 24 ist das die 20. Wir rechnen also 72 minus 20 ist gleich 52. Diese 52 wandert nun nach vorne und erst jetzt ziehe ich den Einer, der noch übrig ist, von der Zahl ab. Also 52 minus 4. ist gleich 48. Jetzt kannst du nochmal die Aufgabe darunter schreiben. Also 72 minus 24 ist gleich 48. Das war der erste Rechenweg. Nun schauen wir uns die zweite Variante an. Hier ist es nun so, dass wir beide Zahlen zerlegen. Wir schauen uns also die Zehner und die Einer an. Das ist hier einmal die 70, hier die 20 und die Einer ist einmal die 2 und einmal die 4. Nun wissen wir ja, wir können nicht 2 minus 4 rechnen. Das heißt, wir müssen uns hier von dieser 70 einen Zehner schon einmal rüberholen. Dann ist es also keine 2, sondern eine 12. Und wir können natürlich 12 minus 4 rechnen. Das ist gleich 8. Nun schauen wir uns die Zehner an, die noch übrig sind. Hier müsst ihr nun aufpassen, wir können nicht die 70 übernehmen, denn wir haben ja hier schon ein Zehner davon genommen. Wir sind also dann bei der 60 und ziehen jetzt hier den Zehner der zweiten Zahl ab. 60 minus 20 ist gleich 40. Und diese beiden Ergebnisse, der Einer und der Zehner, die müssen wir jetzt noch zusammenrechnen. Das ist unser dritter Schritt in dieser Variante. Wir rechnen also 40 plus 8 ist gleich 48. Du kannst jetzt die Aufgabe nochmal wieder darunter schreiben. Also 72 minus 24 ist gleich 48. Schau dir die Rechenwege noch einmal in Ruhe an. Du siehst, bei der ersten Variante sind es zwei Schritte. Bei der zweiten Variante sind es dann drei Schritte. Ich hoffe, das konnte dir ein bisschen helfen. Ich wünsche dir viel Erfolg und auch Freude beim Rechnen. Tschüss!